So, während ich gerade einen Cut zwischen den Folgen gemacht habe und noch mal kurz Facebook gecheckt habe, ist es wieder nacht geworden. Was höre ich da? Nice, ich habe ganz vergessen, dass ich das reingenommen habe. Ah, supergeil. Alright. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich persönlich hätte ja gesagt, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir hier drüben an die Küste und versuchen das hier mal ein bisschen weiter aufzudecken. Denn mich interessiert immer noch, ob das vielleicht einmal rumkommt. Und außerdem sind hier hinten ungeladene Chunks, das heißt dann können wir Sachen aus neuen Mods entdecken, was nice ist. Und deshalb, hier waren wir ja schon, hier sind wir schon einmal rum, deshalb gehen wir jetzt einfach weiter nach Osten hier dahin und dann sehen wir weiter. Das machen wir. Natürlich nur mit der besten Musik. Hey, wir sind die Kantine dabei und wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spiel den selben Song nochmal. Alles klar, den selben Song und los. Spiel den selben Song und los. Ah. Das war zu hoch für Federfall 1. . Ah, geil. Mh, mh, mh. Wie, schon wieder vorbei? Hey, wir sind in die Kantine. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus und jetzt müssen wir halt hier so... Einfach mal kurz markiert, vielleicht können wir die später noch auschecken. So, das sieht schon mal aus. Da müssen wir rüber. Hier ist wieder so ein Garten. Das geht hier schon los. Mega krass. Ja. 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 Ja, ihr Dudes. da ist ein schiff da ist ein haus black lotus keine ahnung was es ist aber es ist cool die gehen nur mit dem casher kaputt das haus gucken wir uns mal an war so marble alter zum fick kommen wir da rein und 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 Ist das massiv echt jetzt? was für eine krasse verarsche und ich habe mich noch gefreut vor allem schaut mal auf die mini map was ist da unten drunter alter leute wir sind ja was ganz großem auf der spu spiel was da los irgendwie ist heute der wurm drin ziemlich krasser wurm spielabsturz geil wie ich das hasse das dauert jetzt wieder so ewig bis das spiel hoch fährt alter aber warum hat das jetzt mit dem mit der kerze zu tun gehabt mit dem dynamic lightning vielleicht ich habe keine ahnung ich weiß es einfach nicht bis jetzt wieder die ganzen mods lädt alter richtig nervig ja gut da müssen wir durch was mache ich so lang ich könnte mal vorlesen was ich hier noch ich habe doch hier eine liste neben dran liegen wo ich abhaken kann was ich schon gemacht habe und was wo Ideen draufstehen da steht jetzt noch der minengang mit den redstone lampen das haben wir ja schon angefangen das mit den schaltern unten den will ich noch fertig machen da steht ein automatischer braustand das ist eine riesengroße redstone anlage wäre aber mega geil wenn wir das irgendwann hätten die stadtwache also das haus müssen wir noch bauen eine monsterfalle wäre noch ganz geil einfach so irgendwo und dann hätte ich gern noch eine kleine geheimbasis wo einfach nur so das nötigste drin ist so keine ahnung ein rüstungsständer ein set voll mit waffen und tools und und einen haufen essen und ja so notding halt so eine geheimbasis wo man sich rein flüchten kann wenn man gerade irgendwie gejagt wird keine ahnung und natürlich müsste das einen versteckten eingang haben dann wäre vielleicht noch ganz geil eine verbesserte zuckerrohrfarm also so im sinne von dass die das voll ganz automatisch macht und nicht so viel äh daneben geht oder vielleicht dass es auch gleich automatisch einsortiert wird wäre auch mega geil ähm ein fallgitter wäre ganz cool und wir müssen natürlich auf jeden fall noch am haus am haus weiter bauen und das irgendwie verschönern verändern dass es nicht so blockmäßig einfach da steht das sieht nämlich richtig hässlich aus so jetzt schauen wir mal ob wir gleich wieder rausgekickt werden nein nein also guck mal wie wie dieses äh diese zirkelsteine wie weit die hier runter gehen das ist mega krass jetzt und zieht euch mal die minimap rein was zum fick was zum verfickten fick oh da unten wird es wimmeln vor monstern alter guckt euch die minimap an alter worauf sind wir hier gestoßen marble cobblestone marble cobblestone marble cobblestone marble cobblestone nee warte mal lass mal lass mal hier hier lang gehen und dann hier nach unten gehen ein redstone block ah eine redstone lampe das heißt wir sind unten dann dann äh das game alter ist schon wieder abgestürzt kann es sein dass es diesen dungeon den wir da gerade entdeckt haben einfach nicht verpackt the fuck alter das ist echt beschissen vor allem habe ich jetzt in der minecraft folge zwei mal einen absturz drin und muss zwei mal wieder warten bis das spiel wieder läuft alter verwalter ich würde das ding so gern auschecken aber es geht ja ich meine ich meine ich kann nicht also wenn das jetzt die ganze zeit abstürzt das ist ja voll beschissen ich würde sagen wir schalten einfach auf friedlich aber das ist ein bisschen langweilig wobei wobei wenn wir ein fuß reinsetzen und gleich tot sind bleibt abzuwarten jetzt versuchen wir es noch einmal rein zu kommen und wenn es dann nochmal abstürzt dann beende ich die folge und dann mal beim nächsten mal woanders weiter das ist ansonsten wird das hier ein bisschen ätzend mit dem warten das ist jetzt schon ätzend mit dem warten ich meine wenn ich das schon ätzend finde was senken dann erstmal die leute die die folge nachher angucken ah jetzt ist eh schon nach zwölf ich glaube ich sollte mal irgendwie was essen naja außerdem muss ich ja noch folgen hochladen auch noch ich habe jetzt drei folgen aufgenommen die erste von den dreien die soll ja heute abend schon online gehen von dem her langweilig wird mir nicht was ist nun spiel so 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 nein noch nicht ganz erst mal anders mit fackeln zu klatschen hier sind wir hergekommen ich mag hier denn mal safe safe hier gibt's hier gibt's loot wie geil ist das denn naja alter alter what the fuck schild stärke effizienz nice das das ist mega krass tempered blade shelf für 1 haltbarkeit 3 reparatur krass wir brauchen mehr rucksäcke wenn man hier drin echt so krassen loot findet alter verwalter ok hier sind wir rausgekommen nochmal so eine nehmen wir mit das ist mega geil verratet das fleisch brauchen wir jetzt nicht wirklich aber alter und hier geht's hier geht's noch weiter nach unten alter was zum fick und der kommt nicht hoch weil der kies liegt und hier ist da ist so ein ziegelding und es geht nach oben wetten da wäre ein eingang gewesen von hier sind wir gekommen ich muss das markieren von hier sind wir gekommen mit und hier mit hier Oh, oh. Alter, wo sind wir hier? Die Musik, wie geil die passt, Alter. Weg, 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 Alter. Weg, 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 weg. Das ist der falsche Weg. Weg, 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 weg. Alter, 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 Alter. Wir sind nicht bereit, hier reinzugehen, Alter. Fuck, Alter. Was zum Fick? Wir sind sowas von nicht ready für das hier. Fuck, Alter. Was, 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 was? Wo kam der? Was zum Fick, Alter, wo? Alter. Alter. Das ist so 깜빡. Was, was, was und... Was ist so Todo-Spinn? Wie war's, was weiß? Toll$これIL. Was ist da wirklich 밀 Bali? Das ist da richtig, was ich. Das war's. Das ist eine Treppe, wir haben uns da drüben reingebaut. Ach so, alter, krass, krass. Was zum... What the fuck? Statistik. Schuss sicher, Haltbarkeit 2, Reparatur. Schutz, Haltbarkeit. Explosionsschuss, Haltbarkeit, alter. Steinschwert, Steinachsbau, Stärke, Haltbarkeit, Keks. Statistics, was ist das? Ich will das... Architects Resource Note. Stonebricks, 81.000. Gobletstone, 29.000. Locks, 84. Arribas, 1100. Chests, 109. Mobspawners, 112. Mobspawners. und TNT. Ah, Roguelike Dungeons. Das ist diese... Ah. Das ist die... Ah, ich hab's kapiert. Nice. Alter. Alter. Der Junge hat auch überhaupt gar nicht übertrieben, ne? Alles ist besser als das. Was haben wir hier? Schusssicher, Haltbarkeit, 2, Reparatur, Explosionsschuss, Haltbarkeit. Wir haben aber hier schon Federfall und hier schon Schusssicher. Also wäre Explosionsschutz eigentlich besser. Man will es aber weniger. Ja, so ist immer noch mehr Schutz. Aber krass. Okay, you know what? Das Haus hier wird natürlich safe markiert. Wir machen den hier weg. Dankeschön Haus. In Gold. Wichtig. Alter. Wir machen den 3-4-8-4-D-4-1. Das ist eine große Schlüssel für die Schlüssel. Wir machen den 3-4-8-9-10-2. Wir machen das auch kurz. Wir machen das nicht unter anderem. Wir machen das nur ein paarroportion. Und hier können wir Arbüren machen. Wir machen das auch. Okay, da ist überall zu. Wie krass, Alter, wie krass. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an, jetzt ist die Folge zu Ende. Aber Alter, habt ihr gesehen, was aus den Truhen rauskam? Was denkt ihr, was wir da looten können? Was geht ab? Weißt du, bis hierher war die Karte geladen. Wir sind ein Stück weiter gelaufen. Direkt mal so ein Riesending gefunden. The fuck, Alter. Zu krass. Okay, wir beenden hier die Folge. Nachdem wir hier den Weg freigeräumt haben, damit wir auch kapieren, dass das eine Treppe sein soll. Ich dachte, das ist einfach... Ich habe da oben die Tür nicht gesehen. Ich dachte, das ist einfach so ein Dachteil von einem unteren Stockwerk, sozusagen. Da habe ich doch nicht an eine gottverdammte Treppe gedacht. Ich dachte, das ist einfach hier so ein... Ja gut, jetzt sieht es auch einleuchtend aus dann aber. Wir machen hier drin, beenden wir die Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann versuchen wir mal, uns da nach unten zu trauen. Alter Verwalter. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Passenderweise zum Herr-der-Ringe-Soundtrack im Hintergrund. Voll geil. Schreibt mir gerne einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir machen sollen, was ich verbessern kann. Irgendein riesengroßes, total unnützes, aber megageiles Bauprojekt. Ich bin dabei und... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.